Musik Ich denke mal, wir suchen so Projekte aus und versuchen die Welt besser zu machen. Dass es Spaß macht und dass man was lernt und am Ende leider ein bisschen was in Berlin sieht. Also ich hoffe, dass ich vieles Neues so lerne und dass ich bei dem Workshop so interessante Sachen lerne und so. Musik Es kommt bitte und das verbringen wir mit euch heute am Ende. Danke, dass ihr hier seid. Musik Ich finde das Beste am PAD ist tatsächlich, dass man hier mal zusammen kommt, dass sich hier 250 Leute treffen, die SRA kennenlernen und uns dann vielleicht noch im Weiteren begleiten können. Und das allerbeste ist aber, dass hier selbst entschieden wird, wo das Gate des Sozialen Tages hingeht. Musik Musik Wir werden jetzt die beiden Projekte verkünden, die ihr gewählt habt. Applaus Und diese Projekte werden dann in den nächsten Jahren von den Sozialen Tageldern dieses Jahres unterstützt. Musik Und wir möchten mit unserer Projektregion in Südosteuropa beginnen. Los geht's. Wir kommen jetzt zur zweiten Projektregion und das ist Syrien beziehungsweise Yadanet. Musik Musik Es war auf jeden Fall ein richtig geiles Pad. Und wie ihr vielleicht mal an meiner Stimme merkt, haben wir sehr viele Energizer gemacht. Es war unglaublich beliebt. Wir haben viel Spaß gehabt und vielleicht hört man es gerade noch, das Funky Chicken ausgepackt. Und ja, also wer zum Pad kommen will, es lohnt sich immer wieder. Und wir haben eine Menge Spaß zusammen, viel gelernt, viel gemacht.